So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn vorhin kurz vor dem Chill mit Ramses Livestream, ja gut, jetzt ist es eigentlich schon dienstags nach 0 Uhr, ich wollte das trotzdem noch fix aufnehmen, vor dem Chill mit Ramses Livestream, Montagabend, es ist immer 20 Uhr, kam die Bombe, die Bombe ist geplatzt, die Bombe News kam, so oft Bombe darf man gar nicht sagen, und ein neuer Raid Boss wurde angekündigt, ein neues Event wurde angekündigt, Xerneas, muss ich immer aufpassen, was ich sage, Xerneas wurde angekündigt, ja, kurz nach dem Stream oder während des Streams wurde sogar noch der komplette Mai-Event-Kalender rausgehauen, sprich, wir kennen wieder den neuen Feldforschungsdurchbruch, wir kennen die Spotlight-Stunden, wir kennen überhaupt die ganze Übersicht im Mai, ich sage ja jedes Mal, wartet einfach ab, Ende des Monats wird sowieso für den nächsten Monat, das haben die ja so schön gemacht in letzter Zeit immer, wird für den kommenden Monat alles Wissenswerte rausgehauen, wir machen dann immer fix ein Video drüber, da erübrigt es sich, dass man alle 5 Sekunden fragt, was kommt denn als nächstes, was kommt als nächstes, und wie immer rate ich euch, nehmt euer Handy, packt euch den Kalender drauf, und schreibt euch auf, wann welche Spotlight-Stunde ist, mit welchem Pokémon, mit welchem Bonus, wann ist der Raid Boss Wechsel, zu welchem Raid Boss und so weiter, dann müsst ihr nicht alle 5 Minuten im Stream nachfragen, dann wisst ihr das, denn ich sehe es auch nur jetzt an diesem Artikel, ich schreibe mir das auf, und wenn ihr fragt, gucke ich auf mein Handy, weil ich es mir aufgeschrieben habe, und sage euch das, so könnt ihr es euch selber aufschreiben, und dann passt das auch, angefangen natürlich aber jetzt, der Mai-Event-Kalender, wir haben einen neuen Feldforschungs-Durchbruch, das ist hier ein Galaponita, und jetzt sind die Leute natürlich gespaltet in der Meinung, die einen sagen, so ein Schwachsinn, die anderen sagen, ach ist das voll süß, Galaponita wurde damals eingeführt, kurz, bei einem Ein-Tages-Event, eine Ein-Tages-Aktion irgendwas, fix Galaponita, reing in die Raids, überall rumgesessen, ähm, ich hab glaube ich damals auch 1-2 Raids gemacht mit Galaponita, danach wurde es in die 7km-Eier gepackt, wenn ihr jetzt Galaponita möchtet, könntet ihr das aktuell brüten, aber, nicht jeder bekommt 7km-Eier, muss man ja immer Platz haben, muss ein Geschenk öffnen, dann muss da noch ein Ei drin sein, sind auch nicht garantiert, und wenn ihr dann eins brütet, dann ist es nicht mal ein Galaponita, dann ist es was ganz anderes, also gezielter nach suchen, geht im Prinzip nicht, jetzt kriegt ihr das im Feldforschungs-Durchbruch, viermal, wenn ihr, habt ihr die Möglichkeit theoretisch dann das zu bekommen, schreibt mal rein, wie ihr das findet, findet ihr das schön, findet ihr das nicht schön, manche werden das Pokémon wahrscheinlich noch gar nicht haben, andere sagen, so ein Dreck, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz vernünftig, denn was, bitteschön, was wollt ihr denn sonst da drin haben? Rüstungs-Mewtwo, garantiert Shiny, sonst was, die Leute waren viel zu sehr verwöhnt am Anfang mit den ganzen Legendären, seitdem, sobald es nicht legendär ist, ist es Schrott, sagen die Leute, so wie es ist, Schrott. Ich finde es zwar komisch, weil es ja sein kann, dass Galaponita noch als Shiny eingeführt wird, während des Events, worauf wir dann noch zu sprechen kommen, es aber vorher schon im Durchbruch drin ist, ihr es also bekommen könnt, wenn es noch nicht Shiny sein kann und dann plötzlich kann es Shiny sein, ihr habt dann aber weniger, also habt dann einmal die Möglichkeit, weniger das zu bekommen. Genauso komisch war es ja mit Relaxo, dass Relaxo im Feldforschungs-Durchbruch war. Viermal konnte man das bekommen und danach war der Kando-Tag und dann wurde es als Shiny eingeführt. Man dachte sich, was soll das? Hättet ihr nicht nach dem Kando-Tag Relaxo als Shiny im Feldforschungs-Durchbruch bringen können, dass man viermal die Chance hat, einen Relaxo zu bekommen, denn es gab keine Relaxo-Rates, es gab keine Relaxo aus Eiern, wilde Relaxo seht ihr auch nicht. Also es ist schön, dass es das mittlerweile gibt, aber man es eigentlich gar nicht bekommen kann und kurz vor dem Shiny-Release sie es schnell nochmal in den Durchbruch packen. Jetzt Galaponita wird nicht ganz so verkackt sein, denke ich mal, wir warten einfach drauf, was kommt. Legendäre Raid-Bosse sind angekündigt, was schon bekannt war, die drei Wolken sind natürlich nochmal da. Ab Dienstag jetzt werden wir auch eine Community-Raid machen, wir lassen uns überraschen. Ich poste einfach irgendeinen und ihr macht einfach mit, was da ist gerade. Ihr könnt trotzdem mal reinschreiben, welcher der drei Geister, der drei Wolken, sind ja keine Geister, braucht ihr noch einen für eine Aufgabe, fehlt euch noch das Shiny bei einem. Ich habe alle drei, ich habe alle als Shiny, ich habe alle als Lucky, ist eigentlich wurscht. Ich würde trotzdem gezielt versuchen, noch ein bisschen Voldolos zu raiden. Vielleicht doch durch den Formenwandler irgendwann, dass man Inkarnationsform zur Tiergeistform wandeln kann, wenn man dann ein 100er hätte. Und dann ein 100er Tiergeist wäre das noch eine schöne Sache, sage ich mal dazu. Xerneas steht jetzt also hier dabei. Iwiltal steht auch dabei schon, sogar schon hier mit Darum, denn ab 4.5., die Wolken bleiben jetzt also nicht so lang, ab 4.5.10 Uhr, schreibt es euch auf, kommt dann also Xerneas rein und ab 18.5.10 Uhr dann schon Iwiltal. Und wenn ihr jetzt mal hier das aufmacht, das ist ja immer so schön gemacht mit den Links, seht ihr, der kommt auf 5.165 bei Level 50 mit Best Buddy und Iwiltal aber ganz genauso. Die haben beide genau die gleichen Werte, also die gleichen WP. Die haben also dann denselben Wert, wenn sie aus dem Raid kommen, ungefähr wie Kyogre und Groudon oder Kyogre und Groudon, sieht alles gleich aus, hat den gleichen 100er Wert, denke ich mal, und erreicht die gleichen WP. Also warum nicht? Obwohl ich sagen muss, Iwiltal sieht halt hier richtig böse und dämonisch aus. So muss das sein. Xerneas irgendwie so, als käme es gerade von der Modeschau zurück und will sich nicht die Finger schmutzig machen. Aber ist trotzdem halt ein Brocken, ist ein Knüppel, passt. Wird sicherlich auch wieder Rates für Zuschauer dann richtig abgehen. Die Community-Rates werden gut besucht sein, denke ich mal. Alle wollen sich darum reißen, in den Raid-Gruppen würde es heftig sein. Mega-Pokémon ist jetzt momentan auch in dem Sinne nichts Neues da. Ihr seht vom 4.5. an, ne bis, bis, wir sind ja gerade noch bis 4.5., also Bisa, Flors, Schlappohr, Rexblisar, so wie jetzt auch. 4.5. bis 15. dann Bisa, Flors, da steht Bisa, Flors, da steht Bisa, Flors, Mega-Bisa, Flors, Mega-Bisa, Flors, gut. Also Bisa, Flors, Schlappohr, Mega-Glurak, Y, vielleicht mal wieder Glurak-Rates an einem Donnerstag. Oder doch Bisa, Flors, je nachdem, was ihr interessanter findet. Und ab 15. bis 1.6. Ampharos, Hundemon und ein Unbekanntes. Ob da dann endlich Mega-Stolos kommt oder doch wieder was ganz anderes, das werden wir dann sehen. Ihr könnt euren Tipp abgeben, immer wenn jetzt was steht mit neues Mega-Pokémon, sag ich Mega-Stolos, bis es doch irgendwann dann mal zutrifft. Ähm, Raid-Stunden sollten klar sein, immer mittwochs. Rampen-Licht-Stunden sollten klar sein, immer dienstags. Aber die Pokémon, die wir dabei haben, wir haben Waumball am 4. Mai. Waumball macht man eigentlich nichts mit. Äh, doppelte Fang-Bonbons. Wenn es eh nur Waumball da rum sitzt, kann auch nicht shiny sein. Ich glaube auch nicht, dass sich das bis dahin ändert. Obwohl Waumball, ich, Waumball muss ich es verdanken, dass ich meinen Wrestler-Pikachu habe. Mein Lucha Libre-Pikachu. Weil ich im Minicap damals so damit gezockt und gesuchtet habe und das mit seiner Scham-Attacke einfach ordentlich reingebounced hat. Dann haben wir ab 11. Mai Dratini. Und obwohl es doppelte Verschick-Bonbons gibt als Bonus, glaube ich jetzt schon, dass Dratini meine Lieblings-Rampen-Lichtstunde ist. Ist ein cooles Pokémon. Das Design gefällt mir. Ist als shiny verfügbar. Die beiden Entwicklungen sind krass. Und hier XL-Bonbons farmen für einen 50er Dragoran. Wäre auf jeden Fall eine nette Sache. Ab 18. Mai Alola Radfratz. Doppelte Entwicklungs-EP. Wer da das shiny noch nicht hat, ist natürlich auch möglich. Oder wer noch EP sammeln möchte, entwickeln die ganze Zeit. Gottscha fangen lassen, entwickeln nebenbei. Würde funktionieren. Und am 25. Mai Merrill mit Doppeltfang-Staub. Staub ist eigentlich immer der beste Bonus. Merrill? Ja, Merrill hatte mittlerweile auch seinen eigenen Kampftag. Und alles ist, glaube ich, der Zug ein bisschen abgefahren. Alola Radfratz müsste seltener sein als Merrill in shiny. Aber ihr könnt euren Favoriten auch hier bestimmen. Meiner ist trotzdem Dratini. Auch wenn es nicht der beste Bonus ist. Dratini mit Doppeltstaub wäre ideal. Wäre perfekt. Ich sage, Dratini ist der Boss. Das Krypto-Lava-Doss. Es ist neuer Monat dann. Mai. Wir haben im April Anfang direkt unseren Zapdos abgeholt. Ich werde mir auch einen Lavados wieder abholen. Ich werde nicht warten, was danach kommt. Ich werde Lavados abholen. Einfach werden dann anfangs die Forschung irgendwie abschließen. Mit dem Super-Rocket-Radar. Krypto-Lava-Doss wieder zeigen. Was haben wir benutzt? Welche Konda? Wie haben wir Giovanni besiegt? Sonst ist noch ein bisschen Werbung für andere Events hier. Wie das Pokémon-Snap-Event. Was am Donnerstag stattfindet. Mit Shiny Farbeagle. Was wieder keiner auf dem Schirm hat. Aber. Ihr könnt eure Meinung, euren Senf theoretisch erstmal dazu abgeben. Feldforschungsdurchbruch. Top oder Flop. Was braucht ihr hier von den Wolken noch? Freut ihr euch auf Xerneas? Suchtet ihr? Oder sagt ihr, ne? Sieht komisch aus. Was denkt ihr, was der Mega-Raid ist, der neue? Was ist der Liebling in der Rampenlichtstunde? Tratini. Was anderes. Holt ihr euch Lavados? Spart ihr euch das auf für irgendwas anderes? Schreibt es alles mal rein. Aber gerade so Xerneas gibt es natürlich noch mehr. Denn wenn Xerneas erscheinen, das kommt nicht einfach so. Das bringt auch noch ein Event mit. Und hier steht es auch nochmal dabei. Event-Zeitraum 4. Mai bis 17. Mai. Das ist aber irgendwie zwei gespalten. Xerneas das erste Mal in Raids. Zusätzlich gibt es neue Pokémon der 6. Generation. Parfi, Flauschling, Viscora. Zusammen auch mit ihren Entwicklungen. Weitere Drachen- und Fee-Pokémon wie Dratini, Drassler, Kindwurm und Waumball erscheinen häufiger. Dratini. Krass. Drassler. Stark. Kindwurm. Mega. Also da alle auf Level 50 pushen, wäre eine richtig fette Sache. Waumball immer noch. Ja, ist halt Waumball, ne? Das neue Regen-Lockmodul wird eingeführt. Es lockt Wasser, Käfer und Elektro-Pokémon an. Bietet ein bisschen Abwechslung. Wird auch wieder zum Entwickeln genutzt. Steht nämlich im nächsten Satz. Viscagod kann sich an Regen-Lockmodulen oder bei aktivem Regenwetter in Viscogon entwickeln. Zeigen wir euch gleich noch, wie die aussehen und ob die was können. Befristete Forschung steht hier wieder da. Kriegt ihr die neuen Pokémon, ein Regen-Lockmodul, 7 Kilometer Eier mit dem gewohnten Baby, Pokémon, den neuen Pokémon und kaum Malad. Aber gezielt kaum Malad brüten ist natürlich dann auch nicht möglich. Wer weiß, vielleicht gibt es während dieses Drachen-Events ja trotzdem kaum Malad-Raids als einer. Was wollen sie sonst da reinpacken? Vielleicht, naja, sicherlich den neuen Pokémon. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht trotzdem auch kaum Malad-Raids gibt. Oder nicht? Sonst hätten sie es ja vielleicht hier schon mit angekündigt. In Raid-Kämpfen erscheinen Psycho-Drachen und Fee-Pokémon wie Galaponita und Alola-Koko-Wai. Heute auch jemand gefragt, machst du Alola-Koko-Wai-Raids für Zuschauer? Ich sag, warum? Erschließt sich mir immer noch nicht. Aber gut, kann Shiny sein. War aber jetzt beim Pflanzen-Event, saß das auch überall rum und man konnte das auch die ganze Zeit bekommen. Ähm, Galaponita, wenn es wirklich dazu kommt, dass das durch den Bonus jetzt Shiny freigeschalten wird, wäre ein Galaponita-Raids auch eine feine Sache. Wegen Shiny-Jagd und Champion-Medaille und allen anderen Sachen dabei. Na? Würdet ihr Galaponita-Raids machen für ein Shiny? Oder ist euch das zu süß? Feldforschungen findet ihr auch. Galaponita, Kaumalad, Parfi, Flauschling, Galaponita bei Belohnung aus der AR-Kartierung. Wenn ihr Dragonier... Ah, die Attacken kommen zurück, die Seed-Ai-Attacken. Wenn man Dragonier zu Dragoran entwickelt, bekommt es also wieder Dragometeor, was an sich aber nicht so interessant ist, weil Dragometeor eigentlich keine gute Attacke für Dragoran ist. Die meisten nehmen das, egal was sie mit Dragoran machen, einfach mit Wutanfall. Ist einfach eine stärkere, sinnvollere Attacke. Also könnt ihr das eigentlich ignorieren mit Dragometeor. Und bei Kindwurm, Drashell, Brudalanda, ist es ja so, das kann immer Dragometeor, aber jetzt dann im Event eben Wutanfall. Also das kriegt dann die bessere Attacke, die ihr nur da kriegt. Da ist es wichtig. Brudalanda mit Wutanfall ist auf jeden Fall sinnvoll und stark. Hier steht das nochmal dabei. Globale Herausforderungen für die... Für zweites Event-Hälfte. Vom vierten bis elften. 500 Millionen Fee-Pokémon fangen. Wird das was? Dann gibt es dreifache Fang-EP, nämlich im zweiten Teil des Events. Was für viele natürlich gut ist, die jetzt in letzter Zeit sowieso heftig am rumleveln sind. Durch die Level-Erweiterung sind viele wieder auf EP-Suche. Pam Pam erscheint als weiteres neues Carlos-Pokémon erstmals und zwar in Raids. Wäre auch interessant für die Trainer-Hoffnung und für die Champion-Medaille. Vor allem wenn das eh in Raids, würde ich da wahrscheinlich etliche machen, dass ich da auch Bonbons kriege, das auch entwickeln kann. Steht auch hier irgendwas. Pam Pam wird danach wohl nur noch aus 12 Kilometer-Eiern schlüpfen. Ja. Bevor das also aus 12 Kilometer-Eiern schlüpft und ihr erstmal 12 Kilometer-Eier braucht und ihr erstmal Glück haben müsst, dass das wirklich dann kommt, raidet es halt. Bevor ihr in Brutmaschinen investiert, könnt ihr auch in Raid-Pässe investieren. Da könnt ihr es gezielt raiden. Raiden ist auf jeden Fall nützlicher. Ich werde auf jeden Fall, wenn es freigeschalten wird, etliche Pam Pam Raids machen. Und Shiny Galaponita steht dabei, wie gesagt. Auch hiervon würde ich eigentlich ein paar Raids machen. Die Champion-Medaille ist nicht umsonst da. Die will gepusht werden. Es sind also viele neue Dinge da. Ihr seht auch alle Pokémon hier nochmal in der Übersicht. Pafi und Pafinesse. Die Entwicklung. Flauschling und Sabayon. Viscora, Viscagod und Viscogon. Die mache ich alle mal hier oben drauf. Pam Pam und Pandagro. Und zwar mache ich die euch drauf, damit ihr seht, wie stark die werden. Wie viel WP die erreichen. Pafinesse kommt auf 2,6. Sabayon auf 2,5. Viscogon, dieser schmierige Drache. Der sieht irgendwie wirklich richtig schmierig aus. Auf 4,010. Also das ist immer Level 50 plus Best Buddy Bonus, aber trotzdem. Ist ein Drache. Nehmt man natürlich mit. Dieses äußerst freundliche Drachen-Pokémon. Iiiiih. Neigt dazu, seinen geliebten Trainer zu umarmen. Und so mit einer dicken Schleimschicht zu umhüllen. Ich sage nur, das sieht so richtig schleimig aus. Also es stimmt. Pandagro 3320. Ja, ist auch eine Nummer auf jeden Fall. Und hier Shiny, Galaponita, Shiny, Galagaloppa. Also richtig viele neue Sachen. Neue Pokémon. Neue Raids. Neue Shinies. Xerneas heftiger Dude. Gefolgt dann von seinem dämonischen Kumpadre. Das werden auf jeden Fall ein paar mächtige, heftige Wochen. Auf was freut ihr euch am meisten? Werdet ihr raiden? Ihr habt so viele Fragen jetzt gestellt bekommen. Versucht halt ein paar zu beantworten. Und ich würde sagen, das war's. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim Community Raid wieder. Der irgendwann tagsüber heute stattfindet. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.